Grüezi miteinander herzlichen Willkommen zum Daily Vlog. Jetzt ist sie an die Wand gekommen, die ich schon lange gestellt habe, aber jetzt muss ich sie zuerst schleifen. Oder ist da noch eine Schutzbohle drauf? Das könnte auch noch sein. Ja genau. Hoffentlich können sie auf beiden Seiten. Ich habe gerade Herzschmerzen gehabt und wollte verteidigen. Jetzt ist es so aus und ist oben viel breiter geworden. Man kann gut reden, wenn du am Ladetisch stehst. Jetzt mache ich gerade noch den Film von diesen Sets. Hier habe ich noch zwei. Eines ist schon verkauft. Also da sind es noch zwei ganze Sets. Und der Rest hier sind noch Einzelne. Und dann ist alles fertig. Tschüssi wieder. Ich habe den Film gerade abgetragen und das ist eben ganz wichtig. Da habe ich Farbtemperaturen in jeder Lampe einzeln schön einstellen. Und jetzt habe ich gesagt, wir legen die Visier an, wenn wir hier arbeiten. Damit wir diese gerade verkaufen können. Und äh... Und äh... Ich habe eine gute Lösung. Diese Lösung können Sie eins. Also das war es auch schon von dem Laden Gretzenfach. Danke fürs Zuschauen. Bis drei. Danke. Tschüss. Abonnieren und nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.